Wir sind hier auf der Webseite webtv.un.org, steht hier oben, United Nations. Und Sie haben da so ein Event gemacht, Pacific Unite, Saving Lives Together. Da schauen wir ganz kurz rein, und zwar eine ganz bestimmte Stelle. Sehen alle schön stramm da, wie im Militär? Wir sind hier im Programm schon, Sie sagen es ja selbst. Und wir möchten hier noch auf ein Mädchen im Hintergrund hinweisen, die sieht nicht besonders glücklich aus. Und zwar dieses Mädchen hier. Und jetzt kommt dann das Berühren, das Anfassen. Pacific Islands, let's stand together, unite our odds and let's fight. One people we are, our islands are one. Stand fast and show we must unite. So viel zu der neuen Weltordnung hinter verschlossenen Türen sagen Sie selbst. Was ist die neue Weltordnung? Und Wikipedia sagt hier, the new world order in the politic not to be confused with the new world order conspiracy theory. Muss unbedingt erwähnt werden, weil man will ja da eben confuse. Werden wir noch sehen. Und dann, some degree of world governance, auch hier wieder governance, nicht government, in either a negative or positive sense. The phrase new world order or similar language was used in period toward the end of the First World War in relation to Woodrow Wilson hat davon gesprochen. In the League of Nations, was ja eben der Vorreiter war von der heutigen UN. Franklin Roosevelt hat davon gesprochen, George Bush hat davon gesprochen, also der Papa Bush. Harry Truman hat davon gesprochen, Putin spricht davon, Trump spricht davon, Obama hat davon gesprochen. Also ist das ja in der Politik. Dann, to confuse. In a literal sense, mix or mingle things or ideas so as to render the elements unindistinguishable. Zu deutsch, Dinge oder Ideen vermischen oder vermengen, um die Elemente ununterscheidbar zu machen. Also man nennt die new world order, um eben nicht zu differenzieren können zwischen der Politik und der Verschwörungstheorie. Und jedes Mal, wenn wir den Begriff new world order in den Mund nehmen oder aussprechen, dann zeigen Finger auf uns und sagen, du bist ein Verschwörungstheoretiker, weil sie selbst, also die, die mit dem Finger auf uns zeigen, eben nicht mehr unterscheiden können zwischen der Politik und der Verschwörungstheorie. Mitte des 18. Jahrhunderts in der aktiven, figurativen Bedeutung von den Verstand oder die Ideen verwirren. Den Verstand oder die Gefühle verwirren. Und erst nach ca. 1800 im allgemeinen Gebrauch, ab 1862, als fälschlicherweise als identisch ansehen. Und die Konfusion findet dann darin statt, dass man eben selbige Wörter für unterschiedliche Dinge verwendet und dann je nach Belieben eben vom einen oder anderen sprechen kann und so dann weiter verwirren. Dann eben diese Weltregierung. Die neue Weltordnung ist quasi die Weltregierung. Die gibt es, sie treffen sich da auch wahrscheinlich jährlich zum World Government Summit, also die Weltregierungsgipfel. Das hat ja erst gerade kürzlich stattgefunden. Und dann wollen wir doch noch die New World Order Conspiracy Theory auf Wikipedia anschauen. Und da haben sie auch wieder diese Pyramide, normal muss ja sein. Und sie sagen, the New World Order, oder auch kurz NWO, is a term used in several conspiracy theories, eben in verschiedenen Verschwörungstheorien, die hypothesieren eine geheime, aufsteigende, totalitäre Weltregierung. The common theme in conspiracy theories about the New World Order is that a secretive power elite with a globalist agenda is conspiring to eventually achieve world domination and rule the world through an authoritarian one world government, which will replace a sovereign nation-states and all will replace a sovereign nation-states das werden wir noch sehen and all encompassing propaganda bla 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 Also, the world government gibt es, demnach keine Theorie. Die secretive elite power sehen wir hier, also nicht geheim. Und die globalist agenda ist auch bekannt. 17 goals, hier sehen wir die einzelnen Punkte, die natürlich auch global sind. Von wem kommt das? Von den United States, äh, United Nations Transforming Our World Ja, eben die, die Parameter anpassen, damit man eine neue Welt definieren kann und die dauert, ja, so plus minus bis 2030 wollen sie damit fertig sein oder es implementiert haben. Nichts geheim, alles offen. Es gibt keine Verschwörungstheorie über die neue Weltordnung. Ja, wir haben schon eine Regierung, nicht zu verwesseln mit Wir haben eine Regierung, eine Gesetzgebung, eine Religion, eine Armee oder Polizei, eine Währung. Und wir wollen sehen, dass wir das bereits haben. Die UN, UNO, die WHO, UNEP, was ist das? Environment Programme, Bau, Food and Agriculture Organization, UNICEF, Kinderhandel, IAEA, International Atomic Energy, also sogar die Atome haben sie unter sich. Dann UPU, Universal Post Office Union, Sitz in Bern, International Monetary Fund, wo sind die zu Hause? United States, Washington, WMO, World Meteorological Organization, also das sind die Wettermacher. Und hier kann man auch den NATO-Stern sehen, wenn man will. Und dann haben wir hier die NATO, die sind nicht im Frieden involviert, nein, das Gegenteil der Fall. Und das ist dann schon eine Armee, die NATO, Nordatlantic Treaty Organization, ist ein militärisches Bündnis. Und das ist ja auch spannend, ja. Ursprünglich wurde das vermarktet, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, als eine Organisation, ein Bündnis gegen den bösen Russen, weil der böse Russe so groß ist, muss man sich zusammenschließen und sich gegenseitig verteidigen und unterstützen. Und lustig ist ja, Putin hat erst gerade kürzlich davon gesprochen, ja, wenn denn jetzt Russland den Antrag stellen würde, sich an der NATO anschließen, würden sie dann auch akzeptiert werden. Ja, und in diesem Kontext ist es ja völlig widersinnig, weil das würde ja dann auch jegliche Legitimität der NATO vernichten, wenn es ja darum geht, sich gegen den bösen Russen verteidigen. Und wenn der böse Russe ja selbst schon mit in der Organisation ist, dann ist das Feindbild weg. Das ist schlecht. Aber auf der anderen Seite, wenn jetzt Russland trotzdem sich an der NATO anschließt, dann haben wir auf der anderen Seite nur noch China und vielleicht Korea als andere Kriegsmacht, die nicht Teil der NATO ist. Also da sehen wir dann auch, eben diese eine Armee würde dadurch einiges grösser werden. Dann die Gesetzgebung, International Law Commission, da gibt es eine Kommission, so sehen die aus, die eben die Gesetzgebungen machen, die dann später auch implementiert werden. Und eigentlich, wenn wir hier in der Schweiz über ein Gesetz abstimmen, keine Strafe ohne Gesetz, sind das eigentlich nur Konsequenzen auf Basis dieser internationalen Kommissionen. Auch die Religion, die Religionen, die Orthodoxen, die Christen, die Katholiken, Buddhisten, Hinduisten, die unterstützen alle auch die Transhumanismusbewegung. Also sind sie auch schon beinahe zusammen und formen eine neue Religion. Das ist nicht nur einmalig, sondern ja, sie stimmen dem zu. Und dann eine Währung. War ja lange so, dass der US-Petrodollar die eine Währung war, weil man hat immer mit dem US-Dollar gegengerechnet, die Kurse und alles. Und da gibt es den International Monetary Fund, die Weltbank und dann die Central Bank Digital Currency, wo sie ja schon bereits am Implementieren sind und wird dann schlussendlich digital sein. Also global halten wir dann eine Währung. Die League of Nations wurde ja erwähnt, ist nicht so confused wie the Commonwealth of Nations. Das ist nochmal so eine andere Organisation. Hatte den Sitz in Genf und war der Vorreiter der heutigen Vereinten Nationen. Und am Schluss waren sie noch 34 verbleibende Mitglieder, haben einstimmig die Auflösung des Volkerbundes beschlossen. Die Vereinten Nationen, UN oder UNO, sind ein zwischenstaatlicher Zusammenschluss von 139 Staaten und als globale internationale Organisation ein uneingeschränkt anerkanntes Völkerrechtssubjekt. Die wichtigsten Aufgaben der Organisation sind gemäss ihrer Charter, die wichtigsten Aufgaben der Organisation sind gemäss ihrer Charter, was quasi ihre Bibel ist, die Sicherung des Weltfriedens, damit man Weltfrieden machen kann, muss man einen Weltkrieg machen, die Einhaltung des Völkerrechts, der Schutz der Menschenrechte und die Förderung der internationalen Zusammenarbeit. In Forderungen stehen außerdem Unterstützung der wirtschaftlichen, sozialen, humanitären und ökologischen Gebiete. Es gibt, glaube ich, so etwa 195 Staaten, je nachdem wie man zählt, aber das ist beinahe alle. Und die UNO ist ein Völkerrechtssubjekt. Wir haben Volk etymologisch auseinandergenommen. Könnt ihr nicht reinschauen, wird vielleicht auch etwas Überraschendes geben darin. Die United Nations auf der englischen Seite hingegen schreiben natürlich etwas anders. Und zwar haben sie den Hauptsitz in New York City, das Glashaus, und haben aber auch Büros in Genf. Und wir haben eben auch die International Labour Organization, ILO, ist in Genf. International Telecommunication Union ist in Genf. Universal Post Union ist in Bern. World Intellectual Property Organization ist in Genf. World Meteorological Organization ist in Genf. Die werden wir später noch anschauen. World Health Organization ist in Genf. United Nations High Commissioner of Refugees. Also der Menschenhandel ist auch in Genf. Und dann die Charter der United Nations. Im ersten Kapitel kommt Friede, das Wort Peace, doch sehr oft vor. To maintain international peace and security and to that end, take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace. Neunmal haben wir gezählt. Und der Friede ist der Pax, der Pakt, der Vertrag. Und wenn man den heutigen Konflikt Russland-Ukraine verfolgt, dann kann man feststellen, wenn man denn auch hinhört, dass Putin beinahe bei jeder Gelegenheit davon spricht, zu verhandeln mit dem Westen. Und der Westen ist nicht einverstanden mit den Punkten, die Putin in den Vertrag reinbringen will. Deswegen geht der Krieg weiter. Würde aber der Westen mit einem Gegenvorschlag kommen, der Putin akzeptieren würde, dann wäre da Pax, der Pakt, der Vertrag, der Friede gemacht. Und so funktioniert es auch. Man kann keinen Frieden machen, wenn kein Krieg ist. Und wenn man Weltfrieden sicherstellen will, dann muss man einen Weltkrieg machen. Und wenn wir schauen, das ist von Statista 2024, haben sie da die Kurve von Konflikten, kriegerische Konflikten seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges kontinuierlich steigend. Hin und wieder mal etwas senken und dann wieder steigend. 250 große Kriege mit rund 50 Millionen Toten und 10 Millionen Obdachlose. Das sind geschätzte Zahlen, wohl bemerkt. Aber sie stehen für den Weltfrieden ein. Weltkriege. Und man kann auch so sagen, wenn wir den dritten Weltkrieg in militärischer Organisation anerkennen wollen, dann läuft er. Die Welt im Dauerstress. Kriege, Krisen und Konflikten. Ein Artikel vom September 23. Krieg in Europa, kenternde Flüchtlingsboote, ein überhitzter Planet. Hiobs Botschaften wie diese dominieren die Nachrichten und lassen uns oft überfordert zurück. Leben wir in besonders unruhigen Zeiten? Und was macht das mit unserer Gesellschaft? Über die Kriege nach dem Zweiten Weltkrieg, Tendenzen, ursächliche Hintergründe, Perspektiven von Klaus-Jürgen Gansel. Und da hat auch die Universität Heidelberg einen Artikel gepostet, und zwar im Februar 2012. Weltweit höchste Anzahl von Kriegen seit 1945. Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung veröffent Konfliktbarometer 2011. Haben wir ebenfalls Etymologie-Episode gemacht über das Leben, die Zeit und die Gesellschaft? Und dann wollen wir einmal den demokratischen Frieden kurz anschauen, den dieser Bus Junior damals gesagt hat, und zwar am Beispiel von Ungarn. EU-Verfahren gegen Ungarn wegen Souveränitätsgesetz. Und hier haben wir es. Ungarn hat ein Souveränitätsgesetz lanciert oder will und gerät darum unter Beschuss von der EU, respektive die EU hat ein Verfahren angeleitet gegen Ungarn. Ungarn, Orbán, weiter auf Konfrontationskurs mit der EU. Die EU zahlt Ungarn einen Teil der Fördermilliarden aus, die wegen Rechtsstaatsproblemen eingefroren waren. Doch Viktor Orbán feindet Brüssel weiter an, will die finanzielle, was auch immer. Ungarn, EU erklärt Souveränitätsgesetz für rechtswidrig. Hier haben wir es, wie der demokratische Friede auszusehen hat. Man darf nicht souverän sein. Man muss sich beugen und sich der EU unterwerfen als Mitglied der EU. Und sie haben ein Problem mit Ungarn, weil Ungarn ist ja auch in der NATO drin. Und können darum Ungarn nicht militärisch platt machen, so wie sie es mit Afghanistan, Irak und Syrien und all den anderen Ländern gemacht haben. Sondern müssen da andere Möglichkeiten ausarbeiten. Ungarn joined the Partnership for Peace in 1949. Und zusammen mit der Tschechischen Republik und Polen haben sie die Einladung dann auch 1997 angenommen. Jetzt müssen wir doch nochmals kurz zurückwecken. Souveränität. Ein neuer Printscreen, ja. Und hier eben. Which will replace the sovereign nation states. Ja. Keine Verschwörungstheorie. Ungarn will ein souveräner Staat sein. Und die EU sagt, nein. Ihr seid rechtswidrig. Ein Krieg. Als Krieg wird ein organisierter und unter Einsatz erheblicher Mittel mit Waffen und Gewalt ausgetragener Konflikt bezeichnet. Also eine Verschwörung und ja, mit bösen Absichten natürlich, weil sie machen Menschenopferungen, töten, zerstören, Leben nehmen, Leid verbreiten. Aber es ist ja öffentlich, also nicht geheim, weil sie machen ja eine sogenannte Kriegserklärung. Neuer Weltfriede, neue Weltordnung, neuer Weltkrieg ist eine Utopie. Idealbild von gesellschaftlichen Verhältnissen, die nicht oder unter den gegebenen Bedingungen nicht zu verwirklichen sind. Fantastische Vorstellung ohne reale Grundlage. Mundstraum. Hirngespinst. Utopisch. Nur in der Vorstellung möglich. Nicht durchführbar. Fantastisch. Oder utopistisch. Ja, da kommt der Sozialismus hervor. Und da sehen wir auch, woher all diese Ideologien herkommen von Marx und Engels. Als Utopist, wer fantastisch, aber undurchfahre, undurchführbare Pläne oder Vorstellungen hat. Aber man kann eben diese realen Grundlagen schaffen. In einer neuen Weltordnung ist ein Titel von einem Artikel, der publiziert wurde im Juni 2018. Rede von Bundesrätin Doris Leutheit an der Generalversammlung der Gesellschaft Schweiz-China im Juni 2018. Findet man auf der Webseite admin.ch. Also auch unsere Politiker sprechen von einer neuen Weltordnung. Und das Gegenteil wäre dann, dass die Dystopie, imaginary bad place, ja, ein vorstellbarer schlechter Ort zu sein. Schlecht, abnormal, is abstracted from utopia, eben quasi das Gegenteil. Early in medical use, displacement of an organ, also Organentnahme. Und so ist eigentlich das, was für die einen Utopie ist, ist für die anderen Dystopie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017